Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten, Drucksache 19374, eingebracht wird der Gesetzentwurf von Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir zu Beginn der Einführungsrede eine sehr persönliche Bemerkung und Anmerkung. Ich bin in der Tat seit vielen Jahrzehnten in der Sozialpolitik aktiv. Ich erzähle immer, dass ich vor 25 Jahren in den Hessischen Landtag, damals noch als Mitglied einer Oppositionsfraktion, eingezogen bin mit dem klaren Ziel, ein psychisch-hilfe-kranken-Hilfe-Gesetz zu schaffen. Das auf dem Ordnungsrecht basierende Hessische Freiheits- und Erziehungsgesetz abzulösen, muss ich in der Tat sagen, diese Diskussion hat mich in all den Jahren immer begleitet. Es ist unabhängig von dem politischen Couleur auch schon zum damaligen Zeitpunkt immer an Ankündigungen und zum Teil Absichtserklärungen geblieben, ein solches Gesetz festzuschaffen. So ist immer noch festzustellen, dass wir im Jahr 2016 immer noch ein hessisches Freiheitsentziehungsgesetz haben. Das ist ein polizei- und ordnungsrechtlich orientiertes Gesetz und das 1952 in Kraft trat, also 23 Jahre vor der Psychiatrie-Enquete und 36 Jahre vor dem Bericht der Expertenkommission zur Umsetzung der Psychiatriereform in Deutschland. Deswegen ist es wichtig, dass in diesen Koalitionsvereinbarungen für diese Legislaturperiode ein entsprechender Passus vorgelegt worden ist und er nun auch umgesetzt werden kann. Das finde ich ausgesprochen erfreulich, denn es ist ein Meilenstein in der Verbesserung der Versorgung psychiatrischer hilfebedürftiger Menschen in Hessen. Nach 64 Jahren ist es dann gelungen, das hessische Freiheitsentziehungsgesetz abzulösen und ein Gesetz zu schaffen, das den heutigen Ansprüchen an eine moderne und bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung gerecht wird. Hilfen wird der Vorrang vor Zwang und Freiheitsentziehungsmaßnahmen eingeräumt, also die Abkehr vom Ordnungsrecht hin zum Hilfegesetz. Es werden erstmals Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch kranke Menschen in zusammengeführter Form gesetzlich geregelt. Es wird eine Rechtsgrundlage für vorsorgende und nachsorgende Hilfen geschaffen mit dem Ziel, die Unterbringung möglichst zu vermeiden. Die Priorisierung ambulanter Hilfen bildet hierbei einen Schwerpunkt. Alle Maßnahmen dienen dem Zweck, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und zu erhalten und wiederherzustellen, Wiedereingliederung zu erleichtern und zu fördern. Diese Hilfen sollen dann individuell personenzentriert und passgenau erfolgen. Von besonderer Relevanz ist die Einbeziehung psychiatrieerfahrener Personen sowie deren Angehörige, also die Umsetzung eines eher trialogischen Ansatzes. Selbsthilfe ist ein wichtiger Baustein in der Versorgung, genauso wie Peerangebote. Die Kommunen erhalten neue Aufgaben. Die sozialpsychiatrischen Dienste sollen künftig im Vorfeld drohender Unterbringung in einem gestuften Verfahren tätig werden, um genau diese Unterbringung zu verhindern. Außerdem sollen sie Angebote vor Ort koordinieren und steuern, zusammen mit allen an der Versorgung Beteiligten. Hierfür erhalten die Kommunen einen Mehrbelastungsausgleich. Es wäre schon schön, wenn die Psychiatrie auf jede Form von Zwang verzichten könnte. Ich kann mir schon den einen oder anderen Debattenbeitrag heute hier vorstellen, der sagt, es sind ja doch immer noch Zwangsmaßnahmen in diesem Gesetz vorhanden. Das ist doch ganz schlimm und fürchterlich. Das ist doch rückgekehrt. Das ist doch kein modernes Gesetz. Ich will an dieser Stelle schon sagen, in den letzten Jahren wurden verstärkt Konzepte zur Minimierung von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie entwickelt, und das mit gutem Erfolg. Aber noch immer können wir nicht ausschließen, dass hoffentlich in ganz wenigen Fällen gegen natürlichen Willen der betroffenen Person gehandelt werden muss. Menschen, denen krankheitsbedingt die Einsicht fehlt, dass sie behandlungsbedürftig sind und Hilfe brauchen, sind auf Unterstützung angewiesen. Wer das negiert, hat den Zweck von psychiatrischen Hilfen schlicht und einfach nicht verstanden. Es ist nach wie vor notwendig. Es ist auf ein Minimum zu konzentrieren, gar keine Frage. Hilfestellungen sind den Vorrang zu machen. Aber ich mache das an einem ganz plastischen Beispiel deutlich, weil manche sich das vielleicht nicht so vorstellen können. Wenn jemand auf dem Dach eines Hochhauses steht und mir zeigen will, dass er fliegen kann, nicht in der Absicht, dass er sich selbst umbringen will oder sich selbst zu töten, der braucht schlicht und einfach Intervention und Hilfe, wenn in diesem Moment die Selbsteinsicht fehlt, in welche Situation er sich bringt. An einer solchen Stelle muss es dann auch eine Zwangsmaßnahme geben, und zwar im Interesse der Schutzbedürfnisse der betroffenen Person. Auf diesem Bereich ist das letztendlich zu regulieren. Deshalb gibt es in dem vorliegenden Gesetzentwurf verfassungskonforme Regelungen zur Unterbringung und Behandlung gegen den Willen der betroffenen Person. Da es sich hier in der Tat um Grundrechtseingriffe handelt, werden die Träger der psychiatrischen Krankenhäuser künftig beliehen und die Ärzte bestellt, um die demokratische Legitimationskette zu gewährleisten. Gerade eben im Bereich der Grundrechtseingriffe ist der Rechtsstaat gefordert, Regelungen zu treffen, und da darf es auch keine Grauzonen geben. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli dieses Jahres, der unter Bezug auf Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes ausdrücklich die Schutzpflicht des Staates betont, für nicht einsichtsfähig Betreute bei drohenden erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen unter strengen Voraussetzungen, eine ärztliche Behandlung als letztes Mittel auch gegen deren natürlichen Willen vorzusehen. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist sozusagen das, was sich in unserem Gesetzentwurf wiederfindet. Und an genau dieser Stelle setzt sich an, und wer das negiert, verliert tatsächlich den schutzbedürftigen Menschen aus seinem Blick. Während der gesamten Erarbeitung war das in dem Ministerium zuständige Referat, unter Beteiligung des Staatssekretärs, mit einem Beirat zugegen, der uns beraten hat, insbesondere in der Fragestellung der Formulierung und der Erarbeitung des Gesetzes und auch als Transmissionsriemen zu der kommunalen und zur klinischen Ebene entsprechend auch darzustellen und der uns sehr stark unterstützt hat in der Erarbeitung des Gesetzentwurfs. Natürlich ist auch unter das zuständige Referat zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einbezogen, all die Fragen von Freiheitsentzug, Behandlung und all dem, was damit zusammenhängt, wurden sehr intensiv fachlich diskutiert und abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Stärkung der Patientenrechte. Neben den Patientenfürsprechern wird es Besuchskommissionen und in jeder Gebietskörperschaft eine unabhängige Beschwerdestelle geben. Der vorliegende Gesetzentwurf wurde im Vorfeld, wie schon ausgeführt, mit allen Beteiligten diskutiert. Wir halten das für unbedingt notwendig. Deshalb wird der Hessische Fachbeirat Psychiatrie nun auch gesetzlich verankert, um auch klarzustellen, dass in der weiteren Beobachtung und Ausführung des Gesetzes die Fachexpertise Berücksichtigung findet. Es ist gelungen, umfassende Hilfen für psychisch kranke Menschen gesetzlich zu regeln, Maßnahmen bei Eigen- und Fremdgefährdung rechtssicher zu gestalten. Im Gesetz sind darüber hinaus eine Reihe von Berichtspflichten verankert, sodass sich die Datenlage über das Versorgungsgeschehen in Hessen erheblich verbessern wird. Ich bin überzeugt, dass die Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes in Hessen einen großen Fortschritt darstellt. Wir haben bewusst die kommunale Ebene gestärkt, denn dort leben die Menschen, dort werden die Hilfen erbracht. Wir als Land werden diesen Prozess entbegleiten, denn nur durch Kooperation und Kommunikation aller Beteiligten wird sich zugunsten der Menschen, die diese Hilfestellungen bedürfen, auch tatsächlich etwas ändern. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Einbringung. – Ich eröffne die Aussprache. Es hat sich Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Vereinbart sind auch hier siebeneinhalb Minuten. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Herr Grüttner, ich muss sagen, ich finde es sehr klug, dass Sie nachdenklich mit dem Thema umgehen, weil es einfach eine sensible Thematik ist. Angesichts der jahrzehntelangen Diskussion um ein Psychisch-Krankengesetz und angesichts der Erfolge und auch Misserfolge der über 30 Jahre zurückliegenden Psychiatriereform ist eine breit getragene Entwicklung von Zielen für ein Psych-KG erforderlich. Und Sie haben eben schon erwähnt, viele Experten haben sich im Psychiatriebeirat und darüber hinaus dazu ausgetauscht. Dennoch ist Hessen das Bundesland, das jetzt als letztes kein zeitgemäßes Gesetz für Hilfen und Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen verfügte. Hessen war also strukturell abgehängt, aber das soll sich ja nun ändern. Mit Beunruhigung aber nehmen wir die erhebliche Zunahme psychischer Erkrankungen auch in Hessen wahr. Psychische Erkrankungen bedeuten auch heute nicht nur ein erhebliches und oft langwieriges Leiden, sondern sind ganz oft Grund von Stigmatisierung und führen dann zu erheblichen sozialen Folgen für Betroffene. Und oft kommt deswegen die Hilfe zu spät. Deswegen war es lange Zeit, zeitgemäße Rahmenvorgaben für eine moderne Prävention, für Früherkennung, Organisation geeigneter Versorgungsstrukturen, Vermittlung geeigneter Hilfen, Unterstützung in Fragen jenseits der medizinischen Therapie, aber auch der Rehabilitation und Begleitung chronischer Kranken durch das Land zu schaffen. Zunächst möchte ich aber einmal festhalten, insgesamt bedeutet das Gesetz, auch wenn es lange auf sich warten lassen hat, eine rechtliche Stärkung und versucht, Hilfen und Schutzmaßnahmen zu regeln. Das heißt, es gibt den Akteuren Werkzeug an die Hand, um bedarfsgerechte Versorgung von Menschen, die Hilfe benötigen, zu verbessern. Das Gesetz entspricht auch in Teilen, und Sie haben es erwähnt, den Erwartungen der Experten und Praktikern. Die Besuchskommission möchte ich herausgreifen, denn sie ist ein positives Element. Sie sollte aber vielleicht nicht nur in psychiatrischen Krankenhäusern, sondern auch in Wohngruppen besichtigen und zwar ohne Ankündigung und trotzdem mit genügend Zeit vor Ort, damit Patienten sich in ihre Privatsphäre zurückziehen können, damit die Privatsphäre gewahrt wird. Und so könnte dann gleichzeitig ein unverfälschtes Bild von der Unterbringung gelingen. Wie man das machen kann, da kann man vielleicht mal in das Gesetz von NRW gucken, da gelingt es nämlich ganz gut. Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes soll alle drei Jahre ein Besuch erfolgen. Das wird nicht nur von mir, sondern auch von anderen als zu wenig erachtet. Eine Zeitspanne von drei Jahren zwischen den einzelnen Besuchen ist zu lang. Ein kürzerer Besuchsturnus sowie die Begutachtung der gemeindepsychiatrischen Infrastruktur wären insgesamt wünschenswert. Meine Damen und Herren, das Gesetz regelt leider auch nicht, wer ab wann für was zuständig ist. Da werden wir aber sicherlich noch durch die Rechtsverordnung mehr erfahren. Und es regelt auch nicht, wie eine flächendeckende gute Versorgung inklusive 24-Stunden-Krisendienst gewährleistet werden kann. Aber wie gesagt, wir hoffen da auf weitere Rechtsverordnungen. Wichtig ist uns aber ein gutes sozialpsychiatrisches Netzwerk, meine Damen und Herren. Das muss aufgebaut und Angebote müssen optimiert vernetzt werden. Mit psychotherapeutischen, psychologischen, sozialpädagogischen, pflegerischen sowie präventiven und rehabilitativen Hilfen. Also von Hilfen im Vorfeld von Anfang an über ein gutes Entlassungsmanagement bis hin zu Angeboten, die Chronifizierung sowie Exklusion vermeiden. Neben der Psychotherapie und Pharmakotherapie gibt es verschiedene Möglichkeiten, psychisch kranke Menschen zu unterstützen, unter anderem die Soziotherapie. Gerade die Soziotherapie, meine Damen und Herren, stellt eine lebenspraktische Anleitung dar. Da versucht man beispielsweise Kontaktstörungen, dem Verlust sozialer Bezüge, der reduzierten Fähigkeit sowie den Lebensalltag eigenständig zu bewältigen, entgegenzukommen. Das heißt, die gesunden Ressourcen von Menschen und Patienten sollen wieder aktiviert werden und man regt zur Selbsthilfe an. Eine solche grundsätzliche Verankerung von solchen Hilfen und deren Vernetzung, also auch der Zusammenarbeit und Vernetzung von ambulanten und stationären Angeboten, natürlich immer im Sinne der Patienten und im Sinne einer Beseitigung von vorhandenen Versorgungslücken, wäre ein essentieller Punkt, den das Gesetz regeln kann. Das kommt leider bisher zu kurz. Ziel aber, das von allen und von dem Gesetz getragen wird, ist der Übergang von der medizinischen Behandlung zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung, also der sozialen Reintegration. Dabei geht es auch darum, dem Patienten ein Leben außerhalb von psychiatrischen Einrichtungen zu ermöglichen und einen Klinikaufenthalt, wenn möglich, zu vermeiden oder zu verkürzen. In der Realität aber ist es nach wie vor so, dass gerade bei der psychotherapeutischen Behandlung große Mängel bestehen. Lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz, das haben wir in vielen Berichtsanträgen oder kleinen Anfragen erkennen können. Die ambulante psychiatrische Pflege ist nicht flächendeckend vorhanden und solche Sachen wie die Soziotherapie sind eben wenig verbreitet. Jedoch sind solche flankierenden Hilfen und ihre flächendeckende Verfügbarkeit einfach unabdingbar, will man ein funktionierendes Hilfesystem. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass es eine Unter- bzw. Fehlversorgung im Geronto sowie im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich gibt und auch daraus, dass Kinder und Jugendliche nicht in einer Erwachsenen Psychiatrie behandelt werden sollen. Meine Damen und Herren, die sinnvolle Absprache und Abstimmung in den einzelnen Regionen von psychiatrischen und psychotherapeutischen Hilfen könnte hier Abhilfe schaffen. Noch einmal möchte ich appellieren, Hilfen im Vorfeld besser zugänglich zu machen und Bedarfe flächendeckend zu erkennen und zu decken. Ich freue mich auf die weitere Beratung im Ausschuss und auf die Anhörung, denn über Aspekte wie Planungskonferenzen, Informationsaustausch, Fürsorgliches Zurückhalten, Patientensicherheit, Prävention von Gewalt und Zwang. Herr Minister, Sie haben die Prämisse, dass Hilfen Vorrang haben vor dem Zwang schon genannt. Aber auch über die Stärkung von Recovery und Empowerment-Strategien gibt es noch viel Diskussionsspielraum. Aber ich denke, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Herr Grüttner, Sie haben es Meilenstein genannt. Ich sage, es hat Potenzial, Meilenstein zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN spricht nun der Abg. Bocklet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deswegen, ob es ein Meilenstein wird oder nicht, mag im Auge des Betrachters liegen. Aber ich glaube, an solchen Tagen spricht man dennoch von historischen Momenten. Nach 64 Jahren wird das Freiheitsentziehungsgesetz abgelöst durch ein modernes Gesetz für Hilfen für psychisch Kranke. Ich finde, in der Tat, nach zwei Jahren Diskussion, wir haben 2014 angefangen, CDU und GRÜNE haben Fraktionsanhörungen dazu geführt. Wir haben unzählige Fachbeiratssitzungen zu dem Thema gehabt. Wir haben öffentliche Anhörungen besucht, auch in der Uniklinik waren wir gemeinsam. Wer zwei Jahre anhört, diskutiert und hart daran arbeitet, darf auch einmal davon sprechen, dass es aus meiner Sicht tatsächlich ein Meilenstein ist und dass es ein Wendepunkt in der hessischen Psychiatriepolitik ist. Denn sie bedeutet, dass wir Abstand nehmen von dem Primat der Zwang, dass wir hingehen und sagen, Hilfe vor Zwang, und dass wir sagen, wir brauchen tatsächlich einen Geist, der ambulant vor stationär heißt, einen Geist, der heißt, wir wollen den Menschen helfen und sie nicht ordnungsrechtlich behandeln. Ich glaube, dieser Geist ist überfällig, und es ist gut, wie es im Gesetzentwurf vorkommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen durch die unzähligen Berichterstattungen, wie hochsensibel dieser Bereich sein kann. Frau Schott, Sie selbst, wenn ich mich richtig erinnere, haben auch schon damals gesagt, dass es unglaubliche Fälle gibt von ungerechten Vorkommnissen, in denen Menschen gegen ihren Willen falsch behandelt wurden. Ja, diese Fälle gab es. Ich glaube, solche Fälle wird es auch in Zukunft immer wieder einmal geben, genauso wie es in den Krankenhäusern, in der Medizin zu Fehlern kommt. Aber dennoch haben wir uns in der Diskussion kritisch gestellt und uns auch die Frage gestellt, ob das bedeutet, dass es bei nachweislichen Fehlern in Einzelfällen bei freiheitsentziehenden Maßnahmen nicht dennoch zwingend notwendig ist, dieses Instrument den Ärzten, den Krankenhäusern und den Psychiatrien tatsächlich an die Hand zu geben. Das ist eine sehr sensible Diskussion, weil es um Bürgerrechte, weil es um Menschenrechte geht, um die UN-Behindertenrechtskonvention und viele andere, die die Frage der Würde des Menschen zu Recht aufwirft. Da sind wir zu der Position gekommen, dass wir sagen, ja, es wird Fälle geben, in denen freiheitsentziehende Maßnahmen und Zwangsbehandlungen notwendig sind. Aber wenn dem so ist, dann müssen wir als Politik dafür Sorge tragen, dass sie unter ganz klaren Regeln, unter größtmöglichter Transparenz, unter rechtlich klaren Rahmenbedingungen gemacht wird und dass sie so kurz wie möglich sind. All das wird jetzt im PSYCH-KG tatsächlich geregelt. Deswegen ist es ein guter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Gesetzentwurf entspricht also den heutigen Ansprüchen an moderne Hilfen. Es geht natürlich auch um Prävention, weil wir wissen, dass die Menschen, so wird uns auch oft geschildert in den Anhörungen, die samstags nachts um drei diese großen Probleme bekommen, die plötzlich ausklinken, ausrasten oder die sich selbst etwas antun wollen, dass diese Menschen vorher in der Regel bekannt waren, dass sie nicht aus heiterem Himmel psychisch erkrankt sind, sondern dass sie eine Rankenakte haben. Deswegen wird es wesentlich darauf ankommen, dass wir frühe Hilfen anbieten können. Deswegen ist es auch so wichtig, dass das vor Ort geschieht und dass wir die sozialpsychiatrischen Dienste, die SPD, auch stärken und sie auch finanziell so ausstatten, dass sie die Menschen in der Prävention schon früh aufnehmen können und dass sie dann später, wenn sie aus einer geschlossenen Unterbringung kommen würden, auch in der Nachsorge betreuen. Denn wir wissen, es ist immer wieder so, dass psychisch Erkrankte auch wieder erkranken. Dann kann man, wenn sie schon aktenkundig geworden sind, natürlich so nachsorgen, dass sie nicht noch einmal geschlossen untergebracht werden müssen. All das regelt dann die Rechte und Möglichkeiten der sozialpsychiatrischen Dienste vor Ort, den öffentlichen Gesundheitsdiensten, ein wichtiger Meilenstein, wie ich finde. Auch darüber haben wir sehr lange diskutiert, was dort alles zu tun und zu lassen ist. Ich finde, auch da wurde unter großer Abwägung aller Interessen ein guter Weg gefunden. Frau Kollegin Schott oder Frau Dr. Sommer, ich habe das erst nie so gesehen. Ich habe natürlich als Zeitungsleser die Probleme der Patienten gesehen. Aber da sind eine Fülle von Ärzten, Sozialarbeitern und Betreuern, die sagen, alles, was ihr da reinschreibt, atmet auch einen Tick von Misstrauen uns gegenüber. Die sagen dann natürlich auch, warum müsst ihr mir so auf die Finger gucken, warum muss es einen Patientenfürsprecher geben, einen Ombudsmann, eine Besuchskommission, Schriftverkehr, der unsensiert an alle Abgeordneten und Fachstellen gehen kann. Da atmet doch eigentlich auch ein Tick Misstrauen unserer Arbeit gegenüber, unserem Schwur, dass wir nur das Beste für den Patienten wollen. Diese Diskussion war auch nicht einfach, dass wir einerseits in der Abwägung von Bürgerrechten und wenn wir dann Zwangsbehandlungen zustimmen, dass wir tatsächlich eine Fülle von Instrumenten brauchen, die zur Kontrolle führen, und dass sie auch dokumentieren müssen, was sie tun. Das ist ein Interessensausgleich, den wir aber durchschreiten wollen. Ich kann auch allen Akteuren und Ärzten in die Augen blicken und sagen, nein, das ist kein Misstrauensvotum, das ist die Pflicht der Politik, der öffentlichen Hand zu sagen, wenn wir solche Eingriffe vornehmen, dann müssen wir uns der Tatsache stellen, dass wir alles getan haben, damit es nicht zu Missbrauch kommt. Ich habe gesagt, die Patientenrechte werden enorm gestärkt, unabhängige Beschwerdestellen vor Ort, Patientenfürsprecher, Besuchskommissionen, die auch mit ehemaligen Betroffenen ausgestattet sind. Ich weiß nicht, ob Sie das Gesetz richtig zitiert haben, aber ich habe es nicht nur halb gehört. Die Besuchskommission besucht in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes mindestens einmal pro Jahr die Einrichtung. Dann kennt man seine Pappenheimer. Ich glaube, jeder, der schon einmal so eine Kontrollfunktion ausgeübt hat, deshalb haben wir gesagt, danach muss es nicht mehr ganz so oft stattfinden. Wenn man erst einmal die zwei Jahre lang mindestens einmal besucht hat, dann weiß man, wer gut und wer nicht gut arbeitet. Ich finde das in Ordnung. Das sind unabhängige Besuchskommissionen mit einer Fülle von Experten, unabhängigen Menschen, Richtern und ehemaligen Betroffenen. Auch das ist gut. Ich finde auch richtig, dass im Gesetz festgehalten wird, dass der Schriftverkehr der Patienten nicht zensiert werden darf. Auch das war zu regeln. Zum Satz des SPD habe ich schon gesagt. Ich komme abschließend zu der Position. Wir haben die Frage der freiheitsentziehenden Maßnahmen klar und transparent geregelt. Wir haben die Frage beantwortet, dass wir präventive Maßnahmen wollen, dass wir ambulant vor stationär wollen, dass die Zwangsmaßnahmen nur als Ultima Ratio sind. Wir wollen uns um die psychisch Kranken auch nachsorgend kümmern. Wir wollen mit den Berichten und dem Fachbeirat auch zukünftig ein Monitoring der Situation der Psychiatrie in Hessen haben. Ich glaube, das ist wirklich ein gelungenes Werk, wo wir uns allergrößte Mühe gegeben haben, unter Abwägung aller Interessen, einen wirklich mit Augenmaß, aber zukunftsweisend, einen neuen Geist in die hessische Psychiatriepolitik zu bekommen. Ich glaube, man kann schon heute von einem Meilenstein sprechen. Dennoch sind wir natürlich offen für weitere Verbesserungen wie immer, wenn es sich in den Anhörungen tatsächlich ergibt. Aber ich glaube, heute kann Hessen auf diesen Gesetzentwurf stolz sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Bevor ich den nächsten Rednern das Wort erteile, ich kann ihn nicht sehen, aber es wurde mir gesagt, dass unser ehemaliger Abgeordnenkollege Patrick Burkhardt hier im Landtag ist. Ich möchte ihn hiermit ganz herzlich begrüßen. Herr Kollege Bocklet, bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Der ehemalige Abgeordnete Horst Burkhardt ist ebenfalls da. Dann herzlich willkommen auch dir, lieber Horst. Herr Kollege Bocklet und Burkhardt, das hört sich gut an. Vielen Dank. Ich rufe den nächsten Redner auf, Herrn Dr. Bartel von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Kollege Bocklet, meine Damen und Herren! Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz ist ein Schwerpunkt der Gesundheitspolitik der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Der Koalitionsvertrag wird umgesetzt. Ich möchte einleiten, dass jeder Bürger von diesem Gesetz betroffen sein könnte. Wir wissen, dass unsere inneren Organe erkranken können und verhalten uns so, dieses zu vermeiden, Symptome zu erkennen und gegebenenfalls eine gute Behandlung einzuleiten. Psychische Erkrankungen sind immer noch von Tabuisierung, Ausgrenzung Betroffener und der Vorstellung, man selbst werde ja schon nicht betroffen sein, gekennzeichnet. Letzterem stehen einige Fakten sehr entgegen. Nach Angaben im Deutschen Ärzteblatt 2013 leiden 2,4 % an psychotischen Symptomen, 2,8 % an manisch-depressiven Merkmalen und 8,2 % an depressiven Störungen. Es gibt in Deutschland 1,5 Millionen Demenzkranke, 2050 werden es doppelt so viele sein. Bei 20 % der aus körperlichen Gründen stationär behandelten älteren Patienten, besonders nach Operationen, treten vorübergehend psychotische Erscheinungen auf. Eine letzte Zahl. 42 % der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig berenteten Menschen sind chronisch psychisch krank. Das vorgelegte Gesetz wird die stationäre Unterbringung eines Patienten gegen seinen Willen nur als allerletztes Mittel nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten der ambulanten Intervention gestatten. Die Qualität der Versorgung wird verbessert. Die Rechtssicherheit für alle beteiligten Personen wird gestärkt. Die Eigen- und Fremdgefährdung wird vermindert. Durch Besuchskommissionen werden die Patientenrechte gestärkt. Staatliches Handeln wird transparenter gemacht. Das Psychisch-Krank-Hilfe-Gesetz ersetzt das Freiheitsentziehungsgesetz, das ausschließlich den Unterbringungsaspekt zur Gefahrenabwehr zum Inhalt hat. Die neuen Inhalte der Qualitätsverbesserung möchte ich beschreiben. Das Land Hessen wird ab 2017 jährlich 2,9 Millionen € für die sozialpsychiatrischen Dienste an den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städten für die zusätzlichen Aufgaben zur Verfügung stellen. Es sind im Wesentlichen die Einrichtungen mehrstufiger ambulanter Hilfen, um eine Einweisung unter Zwang zu vermeiden. Dies sind Einladungen zum Gespräch, Vorladungen zur Untersuchung und Aufsuchen, falls notwendig, mit Durchsetzung des Zugangsrechts mit Hilfe der Ordnungsbehörden. Das ist in § 5 im Einzelnen geregelt. Hier ist auch das Informations- und Akteneinsichtsrecht für Patientenbetreuer und Angehörigen festgelegt. Die Einschränkung der Selbstbestimmung des Aufenthaltsortes kann nur durch akute Gefahr für das Leben der Betroffenen oder anderer Personen gerechtfertigt werden. Die ambulante Gefahrenabwehr muss ausgeschöpft sein. Diese Hilfe wird durch das vorgelegte Gesetz eingerichtet. Die Zahl der zwangsweisen Einweisungen wird so sinken. Eine solche Hilfe besteht bislang nur unzureichend. Die Kassenärztliche Vereinigung kann einen psychiatrischen Notdienst zur Krisenintervention rund um die Uhr sicher nicht leisten, zumal sie auch keine hoheitlichen Entscheidungen umsetzen kann. Deshalb ist die Stärkung des sozialpsychiatrischen Dienstes hier richtig und zielführend. Zusätzlich werden Beratungen und Prävention erweitert. Die bestehenden Hilfen werden koordiniert. Das ist in § 6 geregelt. Ich komme noch einmal auf den Situationsbericht des Deutschen Ärzteblattes zurück. Die Behandlungsrate der psychisch Erkrankten liegen nur bei etwa 50 %. Das ist wenig. Tabuisierung und subjektiv fehlendes Vertrauen in das Krisenmanagement sind mögliche Erklärungen. Das Gesetz versucht, diese Defizite abzubauen. Besucherkommissionen stärken die Rechte psychisch Kranker. Hier gehören Therapeuten, Patientenvertreter, Vertreter der Beschwerdestellen, Vertreter der Justiz und der Region an. So steht es in § 13. Die psychisch Kranken haben so die gleichen Rechte und Beschwerdemöglichkeiten wie körperlich Kranke. Das gilt auch für Aufklärung und Einwilligung in therapeutische Verfahren. Abschließend zwei Aspekte zur Rechtssicherheit. Das Sozialministerium hat auch die Fachaufsicht, nicht nur die Rechtsaufsicht, für Krankenhäuser, in denen psychisch Kranke behandelt werden. Die psychiatrischen Kliniken, die nicht in öffentlicher Trägerschaft sind, werden im Sinne des Gesetzes mit der Aufgabe vertraglich belehnt. Nach erfolgten Anhörungen durch die Regierungsfraktionen der Regierungsanhörung erwarten wir weitere Anregungen in der parlamentarischen Anhörung im Ausschuss. Schon an dieser Stelle erfolgt aber die Botschaft, Menschen mit psychischen Erkrankungen gehören zu unserer Gemeinschaft. Sie benötigen die besondere Hilfe zur Sicherung ihrer Rechte, der qualifizierten Behandlung und der Teilhabe in der Gesellschaft. Das vorgelegte Gesetz ist ein wesentlicher Beitrag dazu. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. – Als nächste Rednerin spricht Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Minister, ich muss zugeben, Sie haben mich mit Ihren Worten, mit denen Sie das Gesetz eingeführt haben, gründlich verwirrt. Das gelingt Ihnen nicht so oft. Aber heute ist es gelungen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass die GRÜNEN Sie zu diesem Thema – Entschuldigung für das Bild – zum Jagen tragen mussten. Jetzt haben Sie aber erklärt, dass Sie, seitdem Sie in diesem Haus ein hohes Anliegen haben, dieses Gesetz zu verändern, und dann – sehr glaubwürdig vermittelt – tun Sie mir doch ein paar Fragen auf. Sie sitzen hier seit 20 Jahren. Auch da kann man schon Einfluss nehmen. Die CDU regiert seit fast 20 Jahren. Sie sind seit nunmehr mehreren Jahren Minister. Jetzt plötzlich bekommen wir dieses Gesetz, an dem lange gearbeitet worden ist – den Prozess habe ich durchaus verfolgt, das ist recht – und dann im Schweinsgalopp, im Eilverfahren und mit einer Sondersitzung des Ausschusses. Ich arbeite gern schneller, aber doch nicht deshalb, weil die Regierung irgendwie 20 oder zehn Jahre lang geschlafen hat. Das kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich bin heilfroh. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das ist, glaube ich, nicht unbedingt mein Job an der Stelle. Aber ich hätte Ihnen auch gerne einen machen können. Wenn Sie einmal davon ausgehen, wie lange Sie dafür gebracht haben, dann glaube ich, dass wir das deutlich schneller hinkriegen und vielleicht sogar ein Stück besser. Sie haben es geschafft, die ganze Zeit, die Sie hier sitzen, die ganze Zeit, die Sie regieren und die ganze Zeit, die Sie Minister sind – ich möchte es noch einmal ausdrücklich sagen – mit einem Gesetz zu leben, das heißt Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- und alkoholsüchtiger Personen. Mir wäre das, wenn mir das eine Herzensangelegenheit so sehr wie Ihnen gewesen wäre, wie Sie es vorhin geschrieben haben, so peinlich, das hätte ich ganz schnell abgeschafft. Es ist auch inhaltlich nicht vertretbar, dass wir es so lange so haben. Aber es ist nun einmal so. Ja, deswegen bin ich froh, dass wir diese Novelle haben. Dafür bin ich durchaus froh. Ich bin auch froh, dass sich für die Menschen etwas verbessert. Aber ich bin noch weit weg davon, hier von Meilensteinen zu sprechen. Denn ich finde, wir sollten ein Gesetz verabschieden, bei dem im Titel wie im Text die Rechte und die Hilfen für psychisch kranke Menschen im Vordergrund stehen. Die erste Frage ist, für wen das Gesetz gedacht ist. Es ist mir unklar, welche Teile des Gesetzes sich auf Menschen mit Suchterkrankungen beziehen. Unter psychischen Störungen werden sie gezählt. Eine Unterbringung darf allerdings nach höchstrichterlicher Rechtsprechung wegen einer Abhängigkeitserkrankung nicht erfolgen. Die Angebote der Suchthilfe sollten allerdings in das System der psychosozialen Hilfen vor Ort integriert sein. Die zweite Frage ist, wird ein gut funktionierendes Netzwerk mit bestmöglichen Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgebaut, bei dem der Grundsatz ambulant vor stationär realisiert werden kann. Wird die Selbsthilfe gefördert? Hilfen müssen geeignet und ausreichend vor Ort zur Verfügung stehen. Die sozialpsychiatrischen Dienste bekommen dabei eine Schlüsselfunktion, was wir gut finden, wenn sie mit anderen und da auch den Psychiatrie erfahrenen Personen und ihren Angehörigen die Hilfe beraten. Allerdings wäre uns einmal im Jahr zu wenig. Die Frage ist aber, inwiefern können die Gesundheitsämter diese Aufgaben erfüllen? Bisher ist im Gesetz über den örtlichen Gesundheitsdienst lediglich eine Unterstützung der Menschen mit psychischen Erkrankungen vorgesehen. Jetzt sollen auf jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt durchschnittlich 100.000 € pro Jahr für die neuen Aufgaben kommen. Dafür sollen die dann alles, was da drin steht, machen. Soll mir einmal jemand erklären, wie das gehen soll? Das kann überhaupt nicht gehen. Das heißt, das Scheitern dessen, was hier gefordert ist, ist eigentlich schon im Ansatz drin. Darüber sollten wir uns doch im Klaren sein. Dann soll man doch entweder in den Anforderungen kleinere Brötchen backen oder das, was man will, was ich hier durchaus richtig finde, dann auch so ausstatten, dass es möglich wird, und nicht schon im Ansatz pervertieren. Bereits jetzt sind die Gesundheitsämter völlig unterfinanziert. Sie finden keine Leitungen, keine ärztlichen und sozialpädagogischen Fachkräfte, da Einkommen und Arbeitsbedingungen nicht mit einem akzeptablen Verhältnis stehen und beispielsweise einem Arzt oder einer Ärztin lieber ein Klinikum gehen. Es ist doch einfach so, dass wir in den Gesundheitsämtern enorme Probleme haben, Ärztinnen und Ärzte zu finden. Das wird doch nicht besser mit dem Gesetz. Den Vorschlag der Liga der Wohlfahrtsverbände, fachliche und personelle Standards festzulegen, begrüßen wir ebenso wie den, die Psychiatriekoordination verbindlich zu machen. Die dritte Frage ist, ob es wirklich Anstrengungen zur Vermeidung und Abschaffung der Unterbringung gibt. Bleibt die offene Unterbringung nicht nur eine schöne Idee? Leider beschäftigt sich das Gesetz überwiegend mit der Unterbringung und allem, was dazugehört. Leider, weil die Hilfen zur Verhinderung solcher Maßnahmen eine wesentlich höhere Relevanz hätten. Notwendig allerdings, weil die Rechte der Menschen gewahrt werden müssen. Wir wollen, dass alle Erfahrungen aus anderen Ländern, aber durchaus auch hierzulande genutzt werden, um Therapien einzuführen, die mit so wenig Zwang wie nur irgend möglich auskommen. Ein Beispiel ist der offene Dialog, der vor allem in Finnland eingesetzt wird und beschreibt, wie in schweren Krisen durch den Einbezug des persönlichen Netzwerks hilfreich und unterstützend miteinander umgegangen werden kann. Da findet das erste therapeutische Treffen mit Menschen in einer Psychose oder einer anderen schweren Krise allgemein mit der Familie und anderen wichtigen Bezugspersonen innerhalb von 24 Stunden statt und dauert so lange, wie es nötig erscheint. Alle wichtigen Fachkräfte, die mit der Familie in Kontakt waren, werden ebenfalls zu demselben Treffen eingeladen. Es geht um einen offenen Austausch von Erfahrungen, Einschätzungen und Vorschlägen für das weitere Vorgehen. Ich habe mich aber auch von den Erfahrungen des Klinikums Heidenheim in Baden-Württemberg überzeugen lassen. Das ist echt eine Reise wert und ein Gespräch. In der psychiatrischen Abteilung der Kreisklinik mit Versorgungspflicht, also soll kein Mensch erzählen und auch nicht angesehene Ärzte hierzulande, dass sich diese Klinik die Patienten rauspicken würde. Die haben Versorgungspflicht und wird kaum Zwang angewendet. Alle Stationen sind offen, auch dort, wo Menschen mit Gerichtsbeschluss untergebracht sind. Ja, das kann man dann aber auch so organisieren, dass es machbar ist. Dann muss man hier nicht mehr ein Gesetz machen, dass weit hinter die Möglichkeit zurückfällt. Die Neuroleptikagabe wurde in den letzten fünf Jahren um fast 50 % reduziert. Der Chefarzt Dr. Zinkler hat im Übrigen seine ersten beruflichen Erfahrungen in einer psychiatrischen Klinik in Großbritannien gemacht. Dort gibt es nur wenige Belegbetten. Ein großer Teil der Arbeitszeit des Psychiaters besteht in Hausbesuchen. Glücklicherweise werden aktuell die Voraussetzungen für Hometreatment etwas besser. Wir brauchen die Fortsetzung oder eher die Renaissance einer Psychiatriereform und müssen mit dem Wegsperren, Festbinden und Ruhestellen von Patientinnen und Patienten mittels Medikamenten endlich aufhören. Zum Schluss möchte ich mich aber mit dem... Frau Kollegin, es gibt den Wunsch einer zu später Stunde intelligenten Zwischenfrage des Kollegen Bocklet. Wie sieht es aus? Sie möchte zu Ende kommen, Kollege Bocklet. Sie haben ja immer noch alle Chancen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, Verfassung und höchstrichterliche Entscheidungen konform geht, dass es zu bezweifeln aufgefallen ist, dass mir zuerst keine Normprüfung entsprechend der UN-Konvention erforderlich sein soll und die Kommentare wenig hilfreich sind. Dies alles, obwohl die abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschusses keine freundlichen Worte über Zwangsbehandlungen enthalten. Im Gegenteil, der Ausschuss drückt seine Besorgnis darüber aus, dass die Verwendung körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen, die Absonderung und andere schädliche Praktiken nicht als Folterung anerkannt werden, und empfahl eine Überprüfung mit dem Ziel der offiziellen Abschaffung aller Praktiken, die als Folterhandlungen angesehen werden. Das sollte die Maxime sein, nach der hier Gesetze gemacht werden. Aber auch an vielen anderen Stellen muss der Gesetzentwurf entsprechend der UN-Konvention nachgebessert werden. Wenn jetzt auch noch nicht nur das Leben und die Gesundheit anderer, sondern auch andere besonders bedeutende Rechtsgüter ein Grund sein können, dass jemand mit einer psychischen Störung gegen seinen Willen untergebracht wird, ist das ein Willkür? Frau Kollegin Schott, Sie wissen, es ist Zeit. Ich denke, an der Stelle müssen wir noch viel nacharbeiten. Ein Arzt hat gesagt, das hier ist ein Law-and-Order-Entwurf, und ich glaube, daran sollten wir noch einmal arbeiten. Vielen Dank. – Das Wort hat der Kollege René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schön, wenn man an diesem Plenartag einmal das letzte Wort hat. Das muss man an der Stelle auch einmal auskosten, obwohl der Minister theoretisch noch könnte. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie seit zwei Jahren an diesem Gesetzentwurf gearbeitet haben. Ich finde es löblich, dass man diese heterogene Landschaft einbindet, dass man den Dialog sucht. Natürlich wird man es nicht allen Teilnehmern an dieser Stelle gerecht werden können. Es ist ein guter Ansatz. Wir müssen uns jetzt einmal anschauen, was aus diesen zwei Jahren Diskussion herausgekommen ist. Was haben Sie denn jetzt vorgelegt? Grundsätzlich schließe ich mich natürlich auch meinen Vorrednern an. Es ist eine zwingende Modernisierung in diesem Bereich gewesen. Es ist notwendig gewesen, ein solches Gesetz zu machen. Natürlich begrüßen wir grundsätzlich auch, dass es diesen Vorstoß gegeben hat. Minister Grüttner hat darauf hingewiesen. Vielen hier in dem Haus war es bekannt, dass es notwendig wird, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Aber oftmals ist es auch die Frage, wie man so etwas am Ende finanzieren kann. Ich will auf Punkte eingehen, die ich erst einmal nur benennen kann. Ich muss abwarten, was in der Anhörung noch einmal zutage tritt, aber die mich schon nachdenklich stimmen. Der sozialpsychiatrische Dienst ist das, was ich in meiner natürlich nicht vollständigen Kenntnis der sozialen Landschaft in Hessen feststellen muss, nicht zu den Bestausgestatteten in Hessen gehört, die häufig jetzt schon nicht so ausgestattet sind, dass sie den jetzigen Anfragen und Herausforderungen gewachsen sind. Das ist ein persönlicher Eindruck, den ich momentan nicht empirisch belegen kann. Es wird also, wenn der Herr ernsthaft die Vorgaben, die das Gesetz von ihm wünscht, enorm erweitert und enorm ausgebaut werden. Dann fragt man sich – ich nehme an, dass Sie in den zwei Jahren darauf Wert gelegt haben –, wie passt diese Struktur, die Sie hier zugrunde gelegt haben, dann in das Hilfennetz, das wir bereits haben? Da bin ich auch einmal gespannt, was wir dort für Rückmeldungen bekommen. Ich glaube auch, dass Anregungen, die wir jetzt auch schon einmal von der einen oder anderen Stellungnahme mitbekommen haben, dass diese Konzentration – jetzt mögen wir das die Ärzte nicht übel nehmen –, aber die Konzentration in dem ganzen Bereich besonders auf die Medikamente und das Geben von Medikamenten gelegt wird, muss man deutlich hinterfragen. Die psychische Erkrankung ist natürlich klar. Die Menschen können sediert werden. Man kann es ihnen durch Gabe von Medikamenten ermöglichen, unter meistens starken Nebenwirkungen wieder einigermaßen vernünftig zu leben. Aber die Frage ist eben, wie ich das Umfeld und die entsprechende Unterstützung noch organisieren kann. Auch da sind Fragen offen. Was, glaube ich, auch jedem, der dann gesehen hat, wie das Gesetz ausgestattet wird, doch mit einem großen Fragezeichen versehen ist, ob dieses Geld dann reichen wird. Ich denke, dass die Verbände sagen, es reicht nicht, ist klar. Aber da bin ich auch einmal gespannt, wie sich die Kommunen an dieser Stelle äußern werden und was wir dort noch für Hinweise bekommen. Auch das Thema Prävention, glaube ich, wird ein sehr wichtiges Thema sein. Ich könnte mich jetzt auch noch einmal an den Kollegen der GRÜNEN abarbeiten, dass gerade Sie in diesem Bereich doch ein Gesetz gemacht haben, in dem enorme Eingriffe möglich sind, die ich für notwendig halte. Ich habe aber an dieser Stelle nicht bei anderen Maßnahmen, die auch wichtig waren, hier an der Stelle vom Kinderknast gesprochen, sondern ich sage nur, man kann in Koalitionen dazulernen und erkennen, dass solche Eingriffe manchmal in ganz besonderen Ausnahmesituationen notwendig werden können. Wir haben die Situation, dass es immer mehr Probleme mit Menschen gibt, die psychisch erkrankt sind, die alleine leben. Menschen, die ein Stück weit alleingelassen sind, von ihrer Familie durch soziale Umstände, wenig Kinder weggezogen, nicht mehr greifbar, Partner tot, in denen eben das soziale Umfeld fehlt, das vielleicht auf die Menschen einwirken kann, um sich dann in Behandlung zu geben. In diese Lücke gehen Sie zu Recht rein. Sie haben ein abgestuftes Modell gewählt. Aber jetzt muss ich schon sagen, jetzt fängt aus meiner Sicht eine notwendige Kritik an. Wenn man sich das Gesetz ansieht, und wir wissen ja, dass wir in einem rechtlich hochproblematischen Umfeld agieren, in dem schon viele Gesetze keinen Bestand haben konnten, weil sie nicht auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben und die rechtlichen Konkretisierungen Rücksicht genommen haben. Sie arbeiten in dem Gesetz mit unbestimmten Rechtsbegriffen, Ermessensentscheidungen so weit wie möglich sollen können, in einem hochsensiblen rechtlichen Bereich. Das halte ich für sehr bedenklich. Dort kann es zu enormen Problemen kommen. Ich bin auch der Meinung, dass das Gesetz, so wie es jetzt formuliert ist, in Teilen gegen die Regelung der UN-Behindertenrechtskonvention verstößt. Da noch einmal deutlich gemacht ist, wir haben das Folterverbot, die Zwangsmaßnahmen müssen genau geregelt werden, sie müssen zeitlich befristet werden. Das muss alles in dem Gesetz stehen. Ich habe das nicht in der Form gefunden. Das macht dieses Gesetz sicherlich angreifbar. Darauf ist natürlich auch schon einmal eingegangen worden, aber auch von einer Stellungnahme ist ein Hinweis gekommen, andere besonders bedeutende Rechtsgüter anderer. Das ist eine Formulierung, die aus dem Gesetz mehrfach vorkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende verfassungsrechtlich nicht haltbar ist. Wir haben in Hessen die besondere Situation, dass die Hessische Verfassung noch höhere Hürden vorsieht. Ich kann an der Stelle nur sagen, dass für zwei Jahre, die inhaltlichen Themen sicherlich aus meiner Sicht richtig aufgegriffen haben, ist aber die rechtliche Ausarbeitung, die juristische Sicherheit des Gesetzes aus meiner Sicht höchst fraglich. Es wäre sehr bedauerlich, wenn wir nach einer langen Zeit – ich glaube, wir alle im Plenum der Meinung sind, dass wir ein solches Gesetz benötigen – über die rechtlichen Fallstricke stolpern. Darum sollten wir uns intensiv in der Anhörung mit diesem Thema auseinandersetzen, sicherlich auf die Anzuhörenden eingehen und uns auch. Sie haben sich zwei Jahre lang in der Vorbereitung Zeit genommen. Ich glaube, der Minister hat sehr lange auf das Gesetz persönlich gewartet. Er hat uns ja mitgeteilt. Wir sollten in der Anhörung noch einmal großen Wert, gerade auch in der Frage, ob solch ein Gesetz in dieser Formulierung verfassungsrechtlich adäquat ist, dem wir uns intensiv widmen und Zeit nehmen – gerade in diesem Bereich. Da sehe ich großen Nachwässerungsbedarf, damit dieses Gesetz auch Bestand haben kann. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock, für Ihren Beitrag. – Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann war das die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten. Der Gesetzentwurf wird an den Fachausschuss zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen. In dem Zusammenhang weise ich noch darauf hin, dass der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 204 M zusammenkommt. – Die Plenarsitzung 204 M test. – Und dann wird die Plenarsitzung um das zu verbreiten,